Ja, hallo, wir wollen diese quadratische Gleichung hier lösen, und zwar im Bereich der komplexen Zahlen. Gut, wir wenden zunächst einmal auf den ersten Term hier diesen Satz an, den haben wir schon kennengelernt, also z mal z quer, z mal z konjugiert ist gleich Betrag von z zum Quadrat. Dann machen wir folgendes, wir haben ja hier z stehen, und da treffen wir eine Vereinbarung, und zwar der Realteil von z, der soll x heißen, und der Imaginärteil von z soll y heißen. Dann schreibe ich also dieses z hier als x plus i mal y. Dann kommt zwei i dahinter, und auf der rechten Seite mache ich das gleiche, das z schreibe ich wieder als x plus i mal y. x plus i mal y. So, und dann steht dahinter minus i mal z quer, und wenn das hier z ist, dann lautet z quer x minus i mal y. Also, wir haben vereinbart, z ist x plus i mal y, dann ist z quer x minus i mal y. Ja, machen wir jetzt hier weiter, da steht Betrag von z, und Betrag von z ist gleich der Wurzel aus x² plus y². x². So, jetzt steht da ja noch ein Quadratzeichen, und jetzt sehen wir, dass sich hier radizieren und potenzieren aufheben. Und da bleibt übrig, wenn man das weg macht, x² plus y². Ja, also mein Betrag von z zum Quadrat ist gleich x² plus y². Ich schreibe es nochmal sauber hin, x² plus y². x² plus y². So, und jetzt gehen wir hier weiter zum nächsten Term. Ja, da muss ich jetzt ausmultiplizieren, dann erhalte ich da 2i x, 2i x 2i mal y, mal y. Die beiden i's fasse ich zusammen zu i², dann habe ich hier 2i² y. Gut, dann gehen wir zur nächsten Seite, wobei, ich kann ja direkt eins machen hier, dieses i² ist ja minus 1. Ja, also mache ich das i² weg und ändere hier das Vorzeichen in ein Minus. So, machen wir das direkt in einen Rutsch. Dann geht es hier weiter, das multipliziere ich aus, mithilfe der binomischen Formel. und der ersten binomischen Formel, oder ich kann es auch von Hand machen, x plus i y mal x plus i y. Ich unterstreiche mal besser, wo wir sind. Hier sind wir jetzt, das wollen wir ausmultiplizieren. Das ergibt, x mal x ergibt x² und x mal i y ergibt i mal xy. Hier habe ich nochmal i mal y mal x, also 2 mal i mal y x. Und hier habe ich i y mal i y, das ergibt i² y². So, i² ergibt wieder minus 1, also mache ich hier statt i² ein Minus hin und dann erhalte ich das hier. Kann ich auch im Kopf machen, mithilfe der binomischen Formel, aber ich habe es mal ausführlich gemacht. Gut, schreiben wir mal dahin, was wir erhalten haben. Da haben wir x² plus 2i xy minus y². So, das kann wieder weg. Und jetzt haben wir diesen Term noch, da haben wir minus i mal x, wenn wir das ausmultiplizieren, und plus i² y und das i² mache ich wieder weg und ersetze es durch minus 1. Das ist ja die Definition der imaginären Einheit. Gut, jetzt habe ich da einen ganz langen Term, aber ich kann zum Beispiel hier auf beiden Seiten x² abziehen. Dann fällt das hier schon mal weg, das x². Und jetzt bringe ich mal alle Terme mit einer Unbekannten auf die linke Seite, wobei die Unbekannten sind x und y, also real und imaginär Teil. Und ihr seht schon, entweder x oder y taucht in jedem Term auf. Ja, gut, fangen wir mal an. Ich habe hier also y². Hier habe ich nochmal minus y². Das bringe ich auf die andere Seite. Da bleibt übrig 2y². Ich unterstreiche mal, was jetzt weg ist, damit ich da nicht zu viel mache. Okay, dann haben wir, nehmen wir mal y. Wir haben hier minus 2y. Wenn ich dieses y von rechts rüber bringe, haben wir nur noch minus y. minus y, also die y sind jetzt auch weg. Die beiden habe ich zusammengefasst. Gut, was habe ich noch? Dann habe ich die ix. Ich unterstreiche die mal in einer anderen Farbe. So. Die ix. Da habe ich einmal hier 2ix und hier habe ich minus ix. Das eine bringe ich rüber. Dann habe ich insgesamt plus 3ix. So. Und jetzt bleibt nur noch ein Term übrig, nämlich dieser hier. Und den bringe ich auch auf die linke Seite. Dann wechselt das Vorzeichen. Dann habe ich ein Minus. 2ixy. Und das Ganze gleich 0. So, jetzt mache ich folgendes. Ich ordne Real- und Imaginärteil. Das hier kann ich schon mal sagen, ist der Realteil. Da kommt kein i drin vor. Hier klammere ich i aus. Dann habe ich den Imaginärteil. Also das übernehme ich mal. 2y² minus y. Und aus diesen beiden Termen, wie gesagt, hier aus diesem und aus diesem. Da klammere ich i aus. Und dann habe ich da stehen, i mal Klammer auf. 3x minus 2xy. Okay. Und jetzt sehe ich, was Realteil und Imaginärteil sind. Das ist der Realteil. Da kommt nicht, da taucht i nicht drin auf. Und die Zahl hier, die der Koeffizient von i ist, das ist ja laut Definition der Imaginärteil. Imaginärteil, das ist dieser hier. So, jetzt wenden wir folgenden Satz an. Und zwar habe ich ja auf der linken Seite eine komplexe Zahl. Realteil, Imaginärteil. Und eine komplexe Zahl ist ja dann gleich 0, wenn sowohl der Realteil als auch der Imaginärteil gleich 0 sind. Das heißt, ich setze den Realteil gleich 0. Dann habe ich hier 2y² minus y gleich 0. Und der Imaginärteil muss auch gleich 0 sein. Also 3x minus 2xy muss auch gleich 0 sein. Und weil beide Gleichungen gelten müssen, mache ich da ein Gleichungssystem draus. Gut, jetzt haben wir ja in einem der vorigen Videos zur linearen Gleichung das etwas anders gemacht. Da haben wir einen Koeffizientenvergleich gemacht. Aber dieses Verfahren ist nur ein Sonderfall des Koeffizientenvergleichs. Ich könnte das auch mit Koeffizientenvergleich machen, indem ich hier hinterschreibe plus 0 mal i. Und dann ist hier mein Realteil. Und diese 0 ist mein Imaginärteil. Und jetzt könnte ich wieder vergleichen. Zwei komplexe Zahlen. Beide Seiten der Gleichung stellen komplexe Zahlen dar. Zwei komplexe Zahlen sind gleich, wenn die Realteile übereinstimmen und die Imaginärteile. Würde ich genau das gleiche Gleichungssystem rauskommen. Entweder mache ich das so. Also wieder Koeffizientenvergleich. Das vergleichen und das. Oder mit dem Satz, den ich gerade gesagt habe. Eine komplexe Zahl ist gleich 0, wenn der Realteil und der Imaginärteil gleich 0 sind. Aber egal wie ihr das macht, das ist mir egal. Ihr werdet auf dieses Gleichungssystem kommen. So, das lösen wir. Und wir fangen wieder da an, wo nur eine Variable ist. Das ist die hier, die obere Gleichung. Und die faktorisieren wir, indem wir y ausklammern. Dann erhalten wir da y, Klammer auf, 2y minus 1 gleich 0. Und die untere Gleichung, die übernehme ich nur mal. Okay. So, und jetzt können wir schon die Lösungen für y angeben. Wenn, also ein Produkt, das ist ja hier ein Produkt, ein Produkt ist gleich 0, wenn der eine oder der andere Faktor oder beide gleich 0 sind. Also, wenn y gleich 0 ist, das ist meine erste Lösung, y gleich 0. Und die zweite Lösung ist 2y minus 1 gleich 0. Das rechnen wir mal eben aus in der Nebenrechnung. Dann haben wir hier 2y gleich 1 oder y gleich 1 halb. Also, meine zweite Lösung lautet y gleich 1 halb. Okay, das wische ich wieder weg. Das war nur eine Nebenrechnung. So, also mein Imaginärteil hier, y habe ich schon mal. y muss 0 sein oder y kann 1 halb sein. Und jetzt berechne ich x. x und x berechne ich, indem ich das berechnete y von hier oben hier jetzt einsetze. Ja, also dann habe ich hier 3x, 3x minus 2x mal y und y ist hier im ersten Fall gleich 0. Und da seht ihr schon, 2x mal 0 ergibt 0. Da bleibt übrig 3x gleich 0. Und 3x gleich 0, dann muss x gleich 0 sein. Gut, machen wir die andere Lösung. Da haben wir y gleich 1 halb. Das setze ich wieder hier ein. Dann habe ich 3x minus 2xy. Und y ist jetzt 1 halb gleich 0. So, jetzt rechne ich 1 halb mal 2. Das ergibt 1. So, und 3x minus 1x ergibt 2x. So, ich schreibe die 0 mal hier ein bisschen näher ran. Und 2x gleich 0, das ergibt x gleich 0. So, und jetzt kann ich die Lösung angeben. Dann nehme ich mal, welche Farbe nehme ich da mal. Mache ich mir erst mal meine Pfeile dahin. So, und jetzt gebe ich die Lösung an. Die Lösung z1 lautet also Realteil x, das ist 0, plus i mal y, i mal y, y ist auch gleich 0. Und das schreibt man verkürzt. 0 plus i mal 0 schreibt man verkürzt als 0. Das ist also die erste Lösung. z1 ist gleich der reellen Zahl 0. So, und die zweite Lösung können wir jetzt auch ablesen. Also erstmal kommt hier der Realteil x und der ist gleich 0 wieder. Plus i mal y, i mal y und y gucke ich nach, y ist gleich 1 halb. So, dann habe ich also 0 plus i mal 1 halb und die 0 lässt man weg. Und da habe ich i mal 1 halb oder 1 halb mal i schreibt man normalerweise. 1 halb mal i. Ja, das sind also hier meine zwei Lösungen. Die erste Lösung ist die reelle Zahl 0. Und die zweite Lösung ist die rein imaginäre Zahl 1 halb i. Ja, das war's. Auf Wiedersehen. Ja, das war's. Naaht hic? Ja, das war's. Ja, ja. Ja.